Hallo, ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 27. Juni 2022. In dieser Woche werde ich jeden Tag eine Engelkarte ziehen. Und heute haben wir folgende Botschaft, und zwar die Kooperation. Die Engelweisheit rät dir, deine Talente und Fähigkeiten zum Wohle aller einzusetzen. Sage dich von Machtkämpfen, Konflikten und Rivalitäten los, denn sie entspringen dem Wunsch deines Egos, der Sieger zu sein. Wenn du mit anderen Menschen kooperierst, um mit vereinten Kräften das höchste Wohl für alle zu erreichen, fördert ihr damit Harmonie und Zusammengehörigkeit. Eine solche Zusammenarbeit spornt jeden Beteiligten dazu an, sein Bestes zu geben. Setze dich zum Ziel, dass der Mensch seine Arbeit als befriedigend empfinden soll. Dann wirst du überall um dich herum Wohlwollen und Harmonie verbreiten. Die Botschaft deiner Engel lautet, bringe Menschen zueinander und finde Wege, wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Durch diese Haltung des Miteinanderteilens wirst auch du von der Zusammenarbeit mit anderen Menschen profitieren, denn die Engel werden deinen Bemühungen ihren Segen erteilen. Ja, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!